Das ist eine rosa Linzer-Hype. Rund 440 Leute sind im Skigebiet im Einsatz, dass eurer Schneesporttag perfekt wird. Den vielen Mitarbeitern geben wir die Saison ans Gesicht. Wer zaubert den herrlichen Pisteteppich? Wie kommen die Herdöpfel in die Sattelhütte auf 2400 Meter rauf? Oder wie wird eigentlich eine Lawine gesprengt? Am besten die ganze Saison an rosalenzerheide.ch